ich glaube gegen die fähigkeit da unten die uns wahrscheinlich weiterhelfen würde also wo war mir das immer klar dass ich da rein muss grabstätte der magierkönige unter dem hochrang der schloss ist mistralia ein steingesäumte kruft von vielen großen kämmern wo die toten ehemaligen magierkönige und ihre gesamten familien in massiven kunstvollen steinsärken auf toten barren liegen aber gläubige mistralia behaupten dass man das nachts schreie und geheule in der nähe des versiegten grabstätten tores hören kann na ja wenn dem so ist wofür gehen wir da mal nachgaben passt das ne 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 der rätete kraftstätten ding ins kirchen ja so viele boxen sind ganz offenbar ist der kaputt der ist kaputt geht auch kaputt schade aber wir sind sehr viele rätsel zu geben die sort ist grässlich ja aber alte zauber sprüche zauberbücher sind nun mal schwierig zu finden warum ist das so der letzte magierkönig proklamierte dass alle magier ihm ihre zauberbuch geben sollten ich bin mir nicht sicher was mit ihnen geschehen ist der marquis hat sie wahrscheinlich weggeschmissen dies hier sind alle die übrig geblieben sind warum ist er nicht zur kruft gekommen um diese hier einzusammeln ich habe mich das auch schon gefragt der gedanke ist ihm wahrscheinlich nie gekommen ja das wäre sehr gut möglich ach ja wollt ihr mich eigentlich alle verarschen macht ja schön dass euch gegenseitig fritt werden auch da könnte ich auch mal sterben ok ups hat weh ach so keine mana mehr jungs muss mal durch ja aber cool ich muss ja noch ein portal finde ich schick können wir uns nochmal einlegen wie komme ich da jetzt ran ne riesensauerei irgendwas kriegen wir bestimmt noch aber das war doch los das war nicht dann das war die 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 Dieses Buch enthält ein paar Glyphen und Notizen zur Gärtnerei und zu Knochen. Ich glaube nicht, dass es dasjenige ist, nach dem ich suche. So viele von Ihnen, wie viele Magierkön- gab es? Die Dynastie der Magierkönige hielt über viele Generationen an. Doch diese Schärge gehören nicht alle zu Königen. Viele Freunde der königlichen Familie kamen in den Genuss und der Privilegs, hier zu ruhen. Die größeren Kammern waren für Könige reserviert. Und sie haben weitergegeben und die Kruft erweitert, als Mera benötigt wurde? Genau, wie klug du doch bist, da wäre keiner drauf gekommen, meine Güte. Magierkönige, Aetius müsste dann ganz im Anhieb begraben sein. Ich bin begierig darauf, es herauszufinden. Achso, ja. Ja, okay. Gleicher Text nochmal. Ja, genau, ist okay. Mhm, kapiert. Ich habe gedacht, wir fahren da vielleicht noch ein bisschen was. Aber ist okay, da halt nicht. Was geht bei dir? Geht nie kaputt. Das sieht komisch aus. Geht nie kaputt. Jetzt haben wir einen Schlüssel, aber ja. Mach mal auf. Ah, die brauchen nochmal ein extra hier, damit sie tatsächlich tot sind. Hui! Achso, ja, wenn ich das so ist, machen wir das anders. Hier, Frostballenalarm. Ach, der gegen den Moon, okay. Ja, ja, warte mal, warte mal, muss aufladen. Sie sehen, macht sich nicht so viel aus. So. Ich wäre aber erstmal da auf, weil da scheint es nicht weiter zu gehen. Also auf der anderen Seite hier, ne? Äh. Jetzt können wir uns so ein Double-Wortling. Kann ich da runterspringen? Nee. Ich kann da runterspringen. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Oh, ja. Das Blöde ist, wenn ich gleich schnell auf die nächste alles drauf... Äh? Mami? Schmidt! Ah? 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 Warte mal, mach ganz einfach. Na. So, nimmt da ein bisschen Schaden, lalalalala, aha, und tot, dann müssen wir ihn verarschen. Blödes Viech, du. Können wir zwar immer die Explosion irgendwie auch kalt machen, bestimmt aber pfff, scheiß drauf. Warum ist es mir zu einfach? Öffnen. Kopieren. Erschaffe viellei Exemplare des Zauberspruchs, einfach mit Aktus und Ego. Was haben wir hier? Bewegen, Zielfindung, Aktus ist ja Feuer, ne? Und Ego ist das. Äh, bearbeiten. Kopieren. So. So. Ah. Cool. Cool. Ah shit. Achso. Okay. Kapiert. Gecheckt. Muss ich da lang? Ich wollte rüberklettern. Ganz falsch. So. Dann hier nochmal. Und dann hier raus. Ah. Okay, dann muss ich aber kurz eins herkommen. Und den hier bearbeiten. Das jetzt gerade nochmal, das okkupieren. Hier nochmal rausnehmen. Dicht einsetzen. Und dich dann, äh, hier hinzufügen mal. Und zwar kopieren. Und, äh, Ausügen brauchen wir ja nicht. Das geht ja, ne? Macht's trotzdem. Okay. Sehr schön. Ah, ich geh raus, ich hab' das Zauber nachheißen. Tada. Haha. Bist gefangen. Vollidiot. Ah. Jetzt siehste mal. Jetzt können wir da ganz viele Sachen machen. Es geht nicht auf was, was wir da drüben nicht hinbekommen haben. So, dele. Oh, das ermöglicht wird uns unendliche Möglichkeiten. Oh, toll, 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 toll. Gefällt mir jetzt voll, Mann. Fahr voll auf den Shit ab. Äh. Was passiert aber eigentlich, wenn ich mich deskomponiere? Den hier. Mit Auswirkungen eigentlich von... Ah, ist die Explosion? Passiert nix. Passiert nix. Okay, wenn ich mich jetzt kombinieren mache. Dich weg. Äh, kopieren meine ich. Äh. Oh, wir können dich da hinsetzen, dich da hin und dich dann da hin. Ah, ein Duplikator schaffen wir dann. Und die Gegner uns zumindest ablenken. Bringen wir uns zwei jetzt so gesehen aktuell grad nix, aber ist egal. Äh, das war kopieren. Dann machen wir das weg und dann setzen wir dich wieder da hin und dich lass mal grad da. Aber wobei kann man da hinsetzen. So. Gut. Okay. Ähm. Ein Creo. Creo war B. Das war schlagen, ne? Das bringt das wahrscheinlich gar nix. Das ist vertiefkühlen. Ne, das geht dann nicht. Wir können aber hier mit Arctus das noch machen, ne? Ein Triple. Was hab ich denn von Arctus eigentlich alles? Ich hab jetzt den Triple. Ich hab Rechtstrahl. Und ich hab Explo. Okay, wenn ich den jetzt aber bearbeit, da Kopieren reinmach. Äh, kriegen wir das Alternativ besser hin? Ja, ich könnte hier hin zumindest. Wär also ein bisschen große Viecher. Cool. Und dann machen wir den normalen Arctus. Nämlich auch kurz bearbeiten. Da hab ich halt kein beliebig drin. Kopieren. Bewegen. Ziel finden. Auswirkung war's, ne? Brauchen wir noch. So. Und zwar... Hä? Genau das. Ist jetzt dann explodierend. Ja, perfekt. Wunderbar. Aber auch glaub ich, das kostet grad übelst, ne? Boah, aber müsste übelst Damage machen im Gegenzug. Ja, ich würde aber gerne nochmal kurz... Speichern. Genau. Ganz normaler wieder. Das ist Actus 3. Achso, warte mal. Aber bei Actus 1 will ich das Kopieren rausmachen. So. Nehme ich als Einzelschuss haben. Genau. Und dann will ich noch einen Trippelschuss haben. Dann will ich aber... Geht das? Kann ich den verschieben? Kann ich aber löschen maximal. Ja, dann, äh, löscht den mal. Ja. Das ist ja Actus 3 angeblich. Ja, ist egal. Passt. Warte mal. Ah, warte, 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 warte. Kopiere nur. Okay. Aha, verarscht. Wofies Viech. Was du aber übelst. Mana, ne? Schön brutal. Das ist ja einfach mal. Machen wir es weiter. Oh ja. Ah. Gestörung. Auf ganz hohem Niveau. Wie ich tanze. Wie ich tanze. Wie ich tanze. Was ist das? Ah, okay. Das war ja das. Das haben wir gemacht. Da geht es wahrscheinlich auch irgendwo lang. War aber Eco 1. Ja, schon kapiert. Hui. Nein. Weil es Drecksviele sie gemacht hat. Ja. 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 Hui. Schau rein. Da geht es nicht wieder kaputt. Und da gibt es noch ein Rätsel, was wir lösen können. Sehr schön. Ich mag die Dinger hier. Äh. Du musst auf jeden Fall dahin. So. Du kommst wenn dann dahin. Dann haben wir so eins nicht. Das ist schlecht. Dann musst du dahin. Du kommst 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 dahin. Das mit Jansche weiß ich gerade noch nicht. So. Perfekt. Tadaa. So. Jetzt mein Schlüssel. Sehr schön. Achso. Eko 3 war es. Ah. Dann geht es einfach da raus im Grunde. Okay. Aber was ist das hier? Kiste. Lila. Äh. Lila. Sehr schön. Umso mehr wir halt herkommen und Zaubersprüche kombinieren oder hinzufügen, umso mehr verbrauchen wir wieder im Gegenzug. So. Und schnell hoch mit uns. So. Und aktivieren. Könnte sein, dass er jetzt zum Kampf kommt. Dann geht das nicht. Ganz. Okay. Umso mehr. Also muss ich das mal wegfen. Eko 3 war es. Hat funktioniert. Und mein Drupel Schuss. Sehr schön. Kiste. Lila Perle. Wuhu. Ich bin so gut. Rätsel lösen hinwärts so einfach. Manchmal kurz aber auch wie im Strahl, ne? Ich wollte's nicht erwähnt haben. So, jetzt haben wir einen Schlüssel. Das ist okay. Dann haben wir das Gehleiß. Beim roten Teppich geht es wahrscheinlich weiter. Deswegen gebe ich da noch nicht hin. Jetzt möchte ich hier ein bisschen Material nehmen. Ach, so ist es ja eine gute Breaks. So, mach aber mal das hier. Aktuell ist eins. Ich verbrauche weniger. Untersuchen. Sollte das hier Bilder von Australien heißen? Was? Sekunde, bitte. Was? Weiß ich nicht. Das steht hier. Vielleicht haben sie Mistralia falsch geschrieben. Ja, geschrieben. Ah ja. Ist okay. Aber soll man kopieren, Mann? Da kommen noch so viele Stellen jetzt noch ran. Dann kannst du die halbe Meppe da bluten. Ach so? Ich dachte jetzt, der kommt vielleicht, aber okay. Hallo? Stimmt genau. Danke. Alter, hält der aus. So. So. Dann wir safe machen. Perfekt. Perfekt. Däremot. Und Sie? Däremot. Und Sie? Pulp. Wie? Ich glaube, es ist ein Ries. Du hast mit dir.